moin moin hier ist wieder euer robin für euch die sechste und letzte folge hier auf youtube am ersten elften die ich heute aufnehme im livestream wird es dann danach auch vorbei sein dann sind wir gut bei einer halb stunden den kompletten lasting gibt es natürlich auch noch auf youtube aber ich denke mal dann habt ihr erstmal zu diesem spiel genug content dann schauen wir erstmal wie die videos laufen ob ihr kommentiert ob die likes like macht oder so schauen wir mal dass wir jetzt erstmal diese runde diese folge noch zu ende bekommen und sehen wir mal weiter was das woche ende so bringt so 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 Ja ist okay Golder Blumen Golder Blumen Das gefällt mir Das gefällt mir nicht Ah gut Davon hat er ja wahrscheinlich auch nicht so viele Karten Okay Eins Zwei Drei Au 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 Ja ihr habt gesehen hier war ja diese Banderole drum Ja Okay Lass uns da nicht drüber schauen Weil wir auf Youtube nur 4 Minuten sind Starben wir direkt nochmal durch Ich Ihr habt ja diesen Kriegel gesehen Und den Ballons das ist das was dann Rüberschlägt auf den Helden Oh Beide Obien das könnte interessant werden Oh Geht ja schon gut los Oh 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 So, jetzt nehme ich aber den richtigen Stärke hier Oh, er hat hier schon Tarnung, das ist äh... Arise, Wolfling! Warum hatte er schon den Schutzschild und ich nicht? Na gut. Die Vettel haben ihn mit einem Schilder-Bloon gegründet. ich kann nichts angreifen weil er gestehen hat auch ich kann nichts ich habe ich habe ich kann ich noch ich wenn ich jetzt Zitzen ja ich denke mal die runde kann ich nicht gewinnen was schauen wir mal noch ist warum hat er diesen booster bekommen ich bin jetzt in der runde acht dann müsste ich ja in der nächsten runde ja auch das schild bekommen seht ihr dass dieser komplette kreis der weg auf mich zu stößen das heißt ich muss eigentlich vorher alles was in diesem kreis ist also barfwiss natürlich und tschüss Ich hab's dir fast gedacht. So, ich will mal sagen, meine Videoaufnahme für heute, den ersten Elften, ist vorbei. Ich bedanke mich für die, die auf YouTube dabei waren in den letzten 20, 30 Folgen, die ich eigentlich von diesem Spiel schon gemacht habe. Ciao mit Frau Robin. Tschüss. Tschüss.